Erst beten, dann impfen. Die Nikolaikirche in Leipzig lockte gestern mit diesem ganz besonderen Angebot zum 1. Advent. Und das kommt an. Bereits nach wenigen Stunden sind alle Termine vergeben. Die letzten Tage, seit Mitte der Woche, ist es auch so, dass die Zahl der Erstimpfungen steigt. Und jetzt nicht unbedingt mehr die Booster-Impfungen die größte Anzahl am Tag sind. Doch trotz der scheinbar steigenden Impfbereitschaft in Leipzig bilden die Sachsen das Schlusslicht im Punkto Covid-Impfung. Gerade mal 58 Prozent haben hier vollständigen Impfschutz. Bundesweit sind es 68,3 Prozent. Zu wenig, findet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und fordert jetzt die allgemeine Impfpflicht. Ich war auch am Anfang skeptisch zur allgemeinen Impfpflicht, weil es im Kern meinem liberalen Staatsverständnis widerspricht. Aber die einzige Chance, um aus dieser Endlosschleife herauszukommen, ist eine Impfpflicht. Sie wird auch die Spaltung beenden. Da bin ich fest überzeugt. Denn wenn es mal entschieden ist, dann wird es auch durchgesetzt. Dann gibt es auch Zwangsgelder, beispielsweise Bußgelder. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil spricht sich für die Impfpflicht aus. Und zumindest in bestimmten Bereichen soll die jetzt auch noch vor Weihnachten kommen. Ich finde es richtig, dass wir in einem ersten Schritt noch vor Weihnachten dafür sorgen, dass es zum Beispiel in Kliniken, in Pflege-, Alten- und Behinderteneinrichtungen eine Impfverpflichtung gibt. So der geschäftsführende Arbeitsminister Hubertus Heil. Widerstand dazu kommt gestern unter anderem aus Chemnitz. Rund 300 Menschen versammeln sich vor dem Klinikum, darunter angeblich auch Pflegepersonal. Polizeibeamte verhindern das Betreten des Klinikgeländes. In dem hatte sich zuletzt die Zahl der Covid-Patienten auf der Intensivstation mehr als verdoppelt. Untertitelung des Klinikgeländen